hallo ihr lieben da draußen ich fange jetzt auch ganz freudig an denn ich habe gerade eigentlich schon das video los gedreht es war fast fertig und dann habe ich gemerkt dass die aufnahme nicht gedrückt war ich bin jetzt heute auf dem sonntag in meinem garten ein ungeplantes video ihr habt ja gerade erst den gartenrundgang am freitag sehen können für die die da interesse dran hatten und ja was mir aber danach noch bewusst wurde dass die ein oder andere aussage noch fehlt auch dass ihr da draußen mitkommt vor allen dingen die anfänger gefühlt bin ich da eine woche zu spät aber zu spät gibt es eigentlich nicht denn die natur holt das dann doch irgendwie nach ja und der floh ist hier ganz fleißig ihr könnt sehen wo wir bei waren auch jede menge hier an an beikraut rausgeholt hier immer so ein kleiner forstboiler mehr gibt es nicht ja und hier natürlich wie ihr das kennt quecke rausgeholt beikraut raus und die fläche dann soweit vorbereitet hier im vorderen bereich dass wir was aussehen können also da hinten noch nichts das kommt noch so und hier vorne haben wir angefangen mit dem mais ganz verschiedene sorgen erst mal abgepult ich hatte noch ein paar exemplare zu hause rot und gelb und grün und schwarz haben wir da überall zwischengesehen richtig schönes farbspiel wie ich finde sieht echt schön aus ja und dann haben auch hier den platz der schon fertig ist dann noch zur aussaat genutzt erst den ventel dann den rosenkohl dann noch mal bohnenkraut das könnt ihr auch noch mal schön in der nahausnahme sehen und ja dann direkt daneben haben wir dann noch mal bunte beete ausgesät und dann haben wir nach ganz links das kleine stück was da dann auch noch fertig war was unkraut bei kraut angeht ja das haben wir dann noch für den mais genutzt übrigens auch roter popcorn meister zwischen und dann könnt ihr auch noch mal sehen das ganze saatgut was ich hier so ein bisschen bereit gelegt habe dass das sind so sachen die ihr da verwenden könnt zur zeit zur aussaat heute ist ein teil davon auf jeden fall bei mir in die bete gekommen bei uns darf ich ja schon irgendwie sagen ja somit habt ihr ja vor allen dingen die anfänger da draußen dann so ein bisschen anhalt was jetzt alles noch geht also der horizont ist weit sucht eure sachen raus lasst euch nur von mir inspirieren macht das nicht genauso wie ich das mache einfach rumprobieren eigenen weg finden das liegt mir persönlich sehr am herzen so und der flow der der bringt jetzt auch schon bei kraut weg und somit kommen wir schon zum ende dieses videos so fix kann es gehen denn bei uns wartet jetzt schön pause das bedeutet ich werde mich verabschieden sagt vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss euer las und weg